Hallo herz'kommst du noch in der Skywars und heute geht's mal um das Thema Minecraft allgemein weil die Spiele an sich mir irgendwie nicht mehr wirklich Spaß macht und ich auf dem Kanal hier jetzt auch noch andere Spiele als Minecraft bringen will das habe ich schon mal gesagt aber ich glaube ich zieh's auch eher durch ok und der hat die Okay Also Minecraft wird trotzdem ein Hauptbestandteil des Kanals bleiben, aber halt nicht mehr nur Minecraft so. So, ich will auch auf jeden Fall Spiele bringen wie CSGO und vielleicht werde ich mir auch mal irgendwelche lustigen, billigen Spiele kaufen, die man gleich hochladen kann. Und genau 80% wollen, dass ich etwas längere Videos umgeschnitten habe, oder etwas weniger geschnitten, sagen wir mal so, und 20%, also eine Person, will, dass sich halt nichts verändert. Und ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall probieren, längere Videos zu machen, aber es wird nicht immer klappen, weil ich in Videos einfach fast nichts rede, und wenn ich halt so nichts sage, dann schneide ich es auch nicht rein, aber jetzt nichts sage, ich rede halt nicht so viel, weil ich nicht weiß, über was ich alles reden soll. Ich kann ja nicht versuchen runterzuschucken, aber ich habe ja keine. So. Jo. diese runde und habe mir gedacht habe ich mal wieder in abstimmung und zwar habe ich jetzt wo mehr spiele zu bringen als verschiedene und ich muss ehrlich sagen bisher bin ich jetzt nicht unbedingt der größte fan von lol aber ich habe mit meiner mit ein paar leuten aus meiner klasse war meine erste runde gespielt als man so zwei games gegen bots weil man die erste runde spielen muss also und ja so krass war jetzt nicht und das habe ich mal aufgenommen könnte ich hochladen also ich werde die abstimmung machen aber ob wir sehen wollte aber ob ich zum schluss hochladen scheitern und da bin ich auch schon tot so dann bin ich jetzt eine letzte runde und eigentlich dachte das ist eine andere mit wer die mitte werfen kann ok der typ dort baut sich eine skybase auch noch mal 2000 jahre später so dass er eins auf dem wasser gelandet ist so 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 Tschüss Tschüss Okay, drei Leute noch Die zwei und ich Achso Leute, das ist ein nebender Problem Okay, schon dass ich herumgepackt bin Dann will er mit dem Ping Okay, das ist auch weg Dann sind wir noch ein Eins gegen eins Ich wollte gerade zwei gegen zwei sein Also theoretisch kann ich mir einen Bogen machen Und dann seine Pfeile verschießen Also Bogen schießen sollte ich auf jeden Fall amazonieren Schön, dass Minecraft select Bei mir funktioniert Und dann So Das war's jetzt mit dem Video Auch wenn wir nicht gewonnen haben Hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal da rein Ciao 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 Ciao